Und du solltest wissen, Odina, was, wenn du dein Bruder beneidest, dann kannst du ihm Schaden zufügen. Du kannst ihm Schaden zufügen, weiter machen. Denn wisset, wenn man seinen Bruder beneidet, muss das nicht immer negativ sein. Es kann sein, dass du bei deinem Bruder etwas siehst, was du schön findest. Und du willst ihm keinen Schaden zufügen, aber du fügst ihm trotzdem Schaden zu. So berichtet Imam Ahmad, liebe Geschwister, dass Sahel, radiyallahu an, eines Tages sich gewaschen hat. Er hat sich gewaschen, den Russen vollzogen. Dann sah ihn Amir ibn Rabia, radiyallahu anhu wa arda. Und als er ihn gesehen hat, hat ihm sein Körper gefallen, von Sahel. Sahel war eine Person, er war sehr weiß, sehr hellhäutig. Die Farbe seiner Haut wurde beschrieben wie die Haut von einer Jungfrau. So eine wunderschöne Haut hat Sahel gehabt. Adel hat ihn nur angeguckt, indem ihm gefallen hat, was er gesehen hat. Sofort ist Sahel zusammengebrochen. Weg! Er ist zusammengebrochen auf dem Boden, liebe Geschwister. Daher verstehe, Udina Allah, du kannst mit deinem neidischen Auge jemandem ein Schaden zufügen. Auch, wenn du ihm nicht ein Schaden zufügen möchtest. Deswegen sagte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Er sagt, wenn einem an sich selbst etwas gefällt, sogar du kannst dir selbst Schaden zufügen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn einem etwas gefällt, an sich selbst, oder an seinem Vermögen, an seinem Besitz, oder an seinem Bruder, dann soll er ihn wahre machen mit al-baraqah. Das heißt, mit dem Segen, mit dem er sagt, Allahumma were. Wenn du etwas siehst, was dir gefällt, an dir selber, sag Allahumma Barik. Wenn du dein Vermögen betrachtest, sag Allahumma Barik. Wenn du deine hübsche Frau siehst, sag Allahumma Barik. Wenn du an deinem Bruder etwas siehst, was dir gefällt, sag Allahumma Barik und vergiss das.